Liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Sendung von HSBC Daily Trading TV. Die nächsten fünf Minuten wollen wir uns mal wieder in die Welt der Charts begeben. Wir haben hoffentlich mit dem Philadelphia Gold Silver Index und der E.ON-Aktie zwei spannende Basiswerte für Sie ausgewählt. Starten wir mit den Gold- und Silberminen-Titeln. Zunächst einmal sind diese in der jüngeren Vergangenheit deutlich schlechter gelaufen als der nackte Gold, als der nackte Silberpreis. Das macht sie schon mal interessant in der Betrachtung. Und zum Zweiten ist der Philadelphia Gold Silver Index unterm Strich seit über einem Jahr seitwärts unterwegs. Das manifestiert sich in dem mitgebrachten Chart in einer Trading Range zwischen 76 Punkten auf der Unterseite und 93 Punkten als oberer Begrenzung dieser Schiebezone. In der Konsequenz haben sich die Bollinger Bänder, also ein klassischer Volatilitätsindikator, extrem stark zusammengezogen. Wenn man es genau betrachtet, ist der Abstand zwischen oberen und unteren Bollinger Band sogar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2007 zusammen geschmolzen. Und wer regelmäßig unser Zuschauer ist oder auch regelmäßig das HSBC Daily Trading in seiner Print-Ausgabe verfolgt, der weiß, dass das eines unserer Lieblings-Setups ist. Also wir filtern tatsächlich nahezu täglich Basiswerte nach eng beieinander liegenden Bollinger Bändern. Und das ist genau hier die Konstellation, die wir beim Philadelphia Gold Silver Index vorliegen haben. Denn in der Vergangenheit war eine solche Extremkonstellation oftmals der ideale Nährboden für die Etablierung eines neuen Trendimpulses. Bleibt nur noch die Gretchenfrage, in welche Richtung ist dieser Bewegungsimpuls zu erwarten? Und da muss ich offen konstatieren, die Bollinger Bänder sind hier nur bedingt eine Hilfe. Da muss der technische Analyst auf andere Verfahren zurückgreifen. Und deswegen möchte ich nochmal auf die eingangs angeführte Schiebezone zurückkommen. Die Begrenzung 76 Punkte auf der Unterseite, die harmoniert bestens mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 38 Monate, der auch exakt hier verläuft. Und wenn wir den Anstieg oberhalb der letzten Erholungshochs bei 93 Punkten schaffen und vollziehen sollten, dann wäre gleichzeitig auch der Abwärtstrend seit Herbst 2011 Geschichte, sodass das hier die ganz entscheidenden auch strategischen Leitplanken für den Philadelphia Gold Silver Index darstellen. Liebe Zuschauer, kommen wir nun nach Deutschland zurück zu den Versorgern, die ja hier auch definitiv eine spannende Basiswerte derzeit darstellen, konkret zur E.ON-Aktie. Und E.ON hat zu Beginn der vergangenen Woche ein Aufwärts-Gap gerissen bei rund 8,60 Euro und hat dieses Aufwärts-Gap im weiteren Verlauf der Woche verteidigen können. Und wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß, auch das ist ein Setup, das wir durchaus zu schätzen wissen. Also Kurslücken, die gerissen werden, die per Periodenende nicht geschlossen werden, und denen messen wir eine ganz besondere Bedeutung bei. Und genau das ist die Ausgangslage ganz konkret derzeit bei der E.ON-Aktie. Wenn man sich jetzt die jüngste Wochenchart-Kerze allerdings genauer anschaut, dann fällt gleichzeitig auch der markante Docht nach oben hin auf. Also es hält sich so ein bisschen die Waage derzeit zwischen den positiven Implikationen aus der angesprochenen Aufwärts-Kurslücke und dem Hemmschuh in Form dieses markanten Dochtes. Und für die Ausprägung dieses Dochtes gibt es auch gute Gründe, wenn man den mitgebrachten Chart genau studiert. Bei 9,15 beziehungsweise 9,22 Euro verlaufen aktuell die Klettungslinien der letzten 38 beziehungsweise der letzten 200 Wochen. Und das war dann im ersten Schritt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Mit anderen Worten, ein Anstieg über die beiden angeführten Durchschnittslinien, den definieren wir als Katalysator für einen Anlauf in Richtung des Mehrjahreshochs vom November vergangenen Jahres bei 10,81 Euro. Ganz konkret wäre also eine solche Rückeroberung der beiden Klettungslinien auch wirklich wieder die Steilvorlage, um zweistellige Notierungen in der E.ON-Aktie zu sehen. Ein bisschen Mut in diesem Zusammenhang machen die Umsätze. In der letzten Woche hatten wir nämlich ein sehr hohes Handelsvolumen. Handelsvolumen, ganz konkret das höchste Handelsvolumen seit September 2015. Und der September 2015 war das absolute Rekordlevel, sodass man sagen kann, die Umsätze in der vergangenen Woche waren die zweithöchsten der gesamten Historie. Volume goes with a trend, eine ganz alte Tradingweisheit, von daher durchaus Rückenwind durch die hohen Umsätze bei steigenden Notierungen. Und als Absicherung auf der Unterseite prädestiniert die untere Gap-Kante der eingangs angesprochenen Kurslücke bei 8,57 Euro, sodass man dann auch einen runden Trade mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet hat. Liebe Zuschauer, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut und bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.